Dankeschön. Und jetzt noch ein Lied, das jeder kennt, ja, jeder kennt zum Beispiel, jeder kennt Joe Cocker, oder? Na ja. Na klar. Kennst du Joe Cocker nicht? Ich erkläre das, Junge. Joe Cocker ist ein Sänger, der war jetzt mal in Deutschland die Leute 177, in der Kruger Halle in Essen, war er, ne? In der Garderobe hat er obligatorisch zwei Flaschen Whisky gesoffen, ne? Und dann hat Joe einen Uhu-Klebestift gefunden, oder? Oder Pritt-Stift. Pritt. Pritt. Maybe it's supposed to make me pretty, okay. It's right. Ich kenne die Bruno. Hallo, vaux! Welkom! To the Joe Cocker show. Ha ha ha! Ha 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 ha! Unstank my arms! 24 ist eine Beide oder so. Kann ja passieren. Joe hat diese Song nicht geschrieben, aber eigentlich eine tolle Version gemacht. Ich kann das nicht genau machen so wie er, weil ich brauche eine Frau, die hinter sich ist. Ich weiß nicht. Aber nur kann es sein. Du weißt nicht. Es geht so. Es ist besser als ich da bleibe. Ich kann es schauen. Ich weiß nicht. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020